Was, wenn ich dir sage, dass du es wieder schaffen kannst, wie früher auf den Boden kommen und leicht wieder aufzustehen? Ein richtiges Geheimnis ist, dass die beste Übung darin besteht, das einfach zu machen, jeden Tag. Wir zeigen mal dem Zeitraffer, wie das geht, wenn du es gar nicht mehr kannst. Nimm einen Stuhl zur Hilfe, stütz dich ab und komm runter auf die Knie. Setz die Hände auf den Boden, geh auf alle Viere. Streck die Beine nach hinten weg und leg dich auf den Bauch und dreh dich auf den Rücken. Dreh dich zur Seite, geh auf alle Viere, hilf dir mit dem Stuhl hochzukommen und stell dich wieder hin. Auch wenn es dir zunächst super schwer fällt, mach das jeden Tag und du hast gute Chancen, dass du nach ein, zwei Wochen das ohne Stuhl hinbekommst und das immer flüssiger wird. Es gibt so viele Leute, die das nicht mehr können. Teil das Video mit ihnen, damit sie es wieder hinbekommen, das selber zu schaffen.